Moin Leute, heute die Begrüßung erst aus dem Stall. Und ja, wir sind gerade zum Stall gefahren. Und als wir weggefahren sind, kam noch der Postbote und hat uns ein großes Eskadron-Paket gebracht. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Na, was ist da drin? Ja, was ist da drin? Dob, Dob, vielleicht was für dich? Ich habe nichts gemacht. Oh, Dobby, du hast hier aber schön eingeschaut. Siehst gut aus. Die ist halt so nicht, glaube ich. Nichts für die Ponys. Tut mir leid, Dobby, nichts für dich. Du leid. Ah, auch eine Reitmose. Oh, cool. Oh ja, okay. Okay, na du? Die ist richtig schön. Schaut mal hier. Der sieht cool aus. Der freu ich mich auf jeden Fall. Morgen oder so. Ich muss mich tragen. Sehr schön. Und das passende Shirt dazu. Auch mega schön. Funktions-Shirt ist das, ne? Sehr cool. Und nochmal in schwarz. Ne, ist auch blau, oder? Was willst du sagen? Ist blau, ja. Blau mit schwarzer Schrift. Und die Camouflage-Reithose. Die sieht auch mega cool aus. Schaut mal. Richtig schön. Beiden Seiten auch. Cool. Super, danke schön. Übrigens ist mein Outfit heute einmal von Pony-Schwester. Dann habe ich eine HKM-Jacke an. Und darunter nochmal einen Pullover von Pony-Schwester. Hier, der junge Mann, der kann es immer kaum abwarten. Er macht sich dann immer selber die Tür auf. Zeig mal, Dobby, wie du das immer machst. Genau, so. So, auf geht's. Heute ist es nicht so warm wie die letzten Tage und ziemlich bedeckt. Deswegen bleiben die Decken heute drauf, weil die ja geschoren sind. Und ohne Sonne auf dem Rücken ist es dann doch noch zu kalt. Also ich finde unsere neuen Haken sind sehr, sehr schön. Ja. Wir haben einen sehr schönen, bunten Zaun. Sehr farbenfroh. Während die anderen beiden jetzt schon mal draußen stehen, werde ich jetzt Nemo reiten. Und Mama wird zum ersten Mal wieder Rocky reiten. Denn also seine Kugel, die er hier sozusagen so hatte, die ist jetzt halt ganz weg. Und deswegen, weil er jetzt auch ganz normal wirkt, sage ich jetzt mal so. Also er ist ganz der Alte. Ja, werden wir ihn heute zum ersten Mal wieder reiten. So, Nemo ist jetzt gesattelt. Ich mache nur noch jetzt Gamaschen dran. Und dann gehe ich noch einmal gleich hinten zum Platz, weil ich mit Nemo auch ein bisschen springen möchte. So in Outübungen, wie ich das gestern mit Alfie gemacht habe, weil das super gut für ihn ist. Weil bei Nemo ist es ja so, dass seine Flugkurve oder seine Sprungkurve noch nicht so richtig optimal ist. Und das kann man mit in Outsprüngen super, super gut üben. Und ja, deswegen wiederholen wir das halt immer wieder, damit das sich verbessert. So, ich habe jetzt noch Gamaschen dran gemacht von USG. Und Nemo trägt heute übrigens auch eine Ponyschlester-Schabracke. Wir sind heute ein bisschen im Partner-Look. Und ja, ich gehe jetzt mal zum Platz. Also ich werde das jetzt wieder gleich aufbauen wie gestern. Also vorne ein In-Out, ein Galopp-Sprung, dann ein Sprung, dann wieder ein Galopp-Sprung und dann wieder den In-Out. So, der Parcours sozusagen auf dem Platz ist aufgebaut, die Reihe. Und jetzt kann es losgehen, ich muss nur noch trennen sehen. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass ich einen Post geschrieben habe, wo ich drin geschrieben habe, dass wir hin und wieder mal die Trensen wechseln und die Gebisse und halt rumprobieren. Und ja, derzeit probiere ich halt bei vielen mal wieder aus mit dem Miklim zu reiten. Und dann habe ich auch zum Beispiel mal jetzt das Pelham drin gehabt, was ich auch heute bei Nemo so benutzen werde in der Kombi. Aber wir haben auch jetzt letztens auch schon mal so ein Gummigebiss probiert und ja, mal sehen, wo es dann am Ende landet. So, ich sitze jetzt auf Nemo. Hier seht ihr jetzt noch einmal die fertige Reihe. Mal gucken, wie Nemo das heute so meistern wird. Mal gucken, wie Nemo das heute so meistert. Mal gucken, wie reforms? Tollunto, wenn meine Unterstützung dann eben so schnell eingelebt, wo es dann Wiedersehen geht. Mal gucken, wie漫長 das heute so war. Mal gucken, wie mir Lindsay rein Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nemo wartet brav. Kleinen Ochser gibt es jetzt. Achtung, er geht los. Vorsicht. Der Brav. 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 Das finde ich heute echt mega gut. Bis zum nächsten Mal. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Mama reinigt jetzt noch einmal die etwas wärmeren Decken. Und ja, die haben ja jetzt dünnere drauf und dann können die jetzt in die Wäsche. So, Nemo war jetzt trocken. Jetzt habe ich den eingedeckt und jetzt kommen die beiden zu den anderen oben auf die Wiese. Okay. Gar keine Motivation, um das zu brennen. So, die Boxen sind jetzt auch frisch und jetzt geht's nach Hause. So, wir essen jetzt Mittag. Heute gibt's Pfannkuchen. Und danach werde ich noch so ein paar schulische Aufgaben machen. Da nehme ich euch auch bei mit. Wir sind jetzt wieder im Stall und holen jetzt die Polly's rein. Da werden wir jetzt denken wir schon wieder auf. Was ist denn da noch los? Mensch, der war schon mal auf. Wir sind jetzt noch mit Lana Gassi. Und ja, ich hoffe, euch hat der Tag heute gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so in den Corona-Ferien macht. Oder ob ihr euch nur langweilt. Und ja, dann bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. We are.